Was? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim ETA Schön Das war so überraschend Was? Erstmal geiler Folgen anfangen Auf jeden Fall Alter Du hast mir nicht richtig Bescheid gesagt Du hast doch nicht zugehört Du fängst an Du sagst immer 3 Ich hab doch 3, 2, 1 gesagt und dann hab ich gesagt du fängst an Das hat doch gereicht Ja, toll Das hat der gereicht, hat man ja gesehen Oh Ne Häschen, komm her Das wirst du nicht wieder los Doch, wenn man auf den Boden guckt und rechtsklick macht schon Mach Sachen Bugcraft Komm her, komm Hallo, hallo, kommst du mal her Ich frag das nicht, wie kann man denn von der Höhe sterben? Du kannst das halt Sterben kann man da doch nicht Kann mich mal teleportieren Ne, kann ich nicht Oh, ich hab grad so viel Zanit Ah Da 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 Wo ist das Haus, weißt du das? Ja, da lang Okay, bin gleich da Ich seh dich nicht mal Jetzt siehst du mich Wo lang, da hoch? Hier lang Wo ich hingehe, ich kann dich nicht sehen Ja, genau Ich seh's nicht Geh einfach weiter dahin Ja, geh einfach weiter dahin, toll Geh einfach doch weiter gerade aus, dahin, wo ich dir eben gezeigt hab Ja, nee Doch, vertrau mir doch einmal Einmal in mein Keine Ahnung, wo unser scheiß Haus ist, Junge Ja, war schief Ein schönes Haus ist Ich muss mich dauernd teleportieren, weil ich hab keinen Plan hier von dem Äther Meine Güte Hier, da drüben ist ein Portal Das ist das Alte, Neue Was denn jetzt? Das Alte, Neue, hab ich doch gesagt Hörst du mir nicht zu? Was ist da los mit dir? Bist du? Nein, ich hör dir nicht zu, Alter Bist du, bist du klar im Kopf, oder was? Was erwartest du von mir? Ich muss mal drüber mal rum, ey Ich muss meine Sachen wiederholen Ich weiß nicht, irgendwie ist die Zanitrüstung voll von Arsch, weil Du stirbst sowieso Ich hab durch die Handschuhe und durch die Schuhe Gerade mal ein Äh, Pluspunkt an Rüstung Die ist voll von Arsch, Mann Was, wie viel hast du? Oh Mann, und da drum herum kommst du auch nicht Ist ja voller Erdbeerkäse hier So Du hättest hier synchron schlimmer sein können Diese Wolke ist auch Erdbeerkäse Gibt's rote Wolken? Es gibt Erdbeerkäse Wolken Ähm Oh, ich sollte mal was essen Wie mir diese? Nein! Wie mir diese? Nein Logisch Oh Gott 100% logisch Logisch Scheiße 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 Einfach mal so in den Raum geworfen Passt schon Bin da drunter gefahren Keiner weiß was los ist Scheiße! Nein! Diese Zanitboots sind für den Arsch, Mann Die kriegen doch nicht mal Schaden Natürlich, bei mir schon Nö, die nutzen sich nicht ab Weil sie einfach keinen Schaden aufnehmen Scheißdinger da Komm bestimmt aus dem Westen, Mann Damit Ja, jetzt Jetzt macht den Westen noch kalt Ja Da auch noch nisch das Zeug Da Hier Da Also wenn ich jetzt sterbe, hasse ich mich Ich hasse dich dann Ich hasse dich, ich hab 13 Zanit gerade So, jetzt leckt mich ihr Wolken Jetzt geh ich hier nach Hause und liefere das Wasser ab Und ihr könnt machen, was ihr wollt Bin ich so entschlossen wie eine äthiopische Hausfrau So, so Wie viel Schaden hat eigentlich das für den Schwert? Was? Keine Ahnung So entschlossen wie eine äthiopische Hausfrau Der war, der war gut Den fand ich, den fand ich sogar Angemessen Nichts ist angemessen Na klar, was ist bei dir los? Oh, die Insel sieht ja mal richtig geil aus Richtig schniekel Meinst du mich? Ja Hier ist ein Schaf Hallo Schaf Ich weiß nicht, wie ich richtig geil aussehe Aha Hallo Schaf So, dann geh ich jetzt mal nach Hause Ohne zu sterben Hoffe ich Und dann es wird dunkel Fürchte, das funktioniert nicht Ich glaub, das funktioniert auch nicht Das funktioniert nicht Oh, scheiße Scheiß Wolke Was? Ich bin gleich tot Haha Das ist meine Essens... äh, meine Lebensanzeige nicht Na ja, 11 von 20 Ja, jetzt wieder Ich hab gleich kein Essen mehr Ich grab mich gleich irgendwo ein Erdbeerkäse Hast du denn ein Erdbeerkäse dabei? Äh, bei mir lädt die weg Nein! Nein! Was? Oh Gott Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ah! Schwarze Wolken! Wo bist du denn? Scheiße, Alter! Scheiße, geh doch tot! Geh doch tot! Geh doch tot! Geh doch tot! Okay, du bist tot Und die Hälfte unseres Hauses lädt bei mir nicht Dann re-log mal Ne, das wär ja cheaten Ne, das wär ja cheaten Nein, das ist jetzt gelassen Ich brauch dringend was zu essen Ich brauch mehr Wasser, weil dann haben wir endlich mal ne unendliche Quelle Aber irgendwie ist es hier Unmöglich! Also der Äther, da stoppt man nicht schnell, will ich mal so sagen Ja Ist schon nichts für kleine Kinder Also Was ja los Wie dich Alter hier Geh weg, verpisst euch Ah! Ah! Lass mich da rein! Oh Gott Geh doch rein Ich bin hier Guck mal, der beobachtet dich jetzt von draußen Wenn ich nicht so wenig Leben hätte, ne? Gibt's hier eigentlich Bööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich kann ja mal runter gehen durch unser Portal und mal ein paar Spinnen klatschen. Okay, äh, geht's hier spinnen? Ich glaube, ich spinne. Ich habe gerade mal fünf Rüstungspunkte mit Helm, Handschuhen, Chestplate und Boots. Lass mal sehen. Zenitrüstung ist voll für nörd. Esser, esser. Spinnung. Ich räume jetzt mal unser Ho... Nein. Komm her. Ich, äh, baue gerade, äh, provisorischen Weg nach oben und mal gucken, ob das Holy Stone Sword auch in der echten Welt... Oh ja, es wirkt. Och, du Scheiß, ist das stark. Okay. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Äh, was geht jetzt? Ich habe meinen PC gerade ab. Was denn? 160 FPS mit Tech-Japack. Jetzt dreh da auf, Junge. Jetzt dreh da auf. Kannst du euch ins Bett legen? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Ja, nur weil ich in der echten Welt bin, heißt das nicht, dass ich mich auch gleich ins Bett legen kann, mein. Natürlich. Was ist denn los? Ey, das ist eine Spinne. Spinne! Oh nein, Skelett. Sieht man, sieht man mein Cape eigentlich? Hast du mein Cape letztens gesehen? Ich, äh, habe letztens seine Mama gesehen. Die war, äh, nett. Das glaube ich dir nicht. Okay, ich habe, ich habe, ich habe jeden. Zwei Stück. Reichen zwei Stück? Nein, drei Stück. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Hast du das Portal jetzt noch im Haus eigentlich gebaut? Alter, was geht denn hier schief mit der Welt? Warum? Hast du die Fäden? Wir brauchen auch noch Flint. Einen Fäden! Einen Fäden? Einen Fäden. Wir brauchen auch noch Flint für die Spitzen. Was für eine Spitzen? Von den Fallen. Geleckt mich doch. Können wir hier irgendwo Gravel abbauen? Nein, doch, in der realen Welt. Ja, aber wo finden wir hier Gravel? So ohne weiteres. Das ist eine gute Frage, Minion. Ja, ich komme jetzt erstmal hoch und liefere die Fäden ab, weil die sind mir jetzt gerade zu wertvoll. Wow, Fäden sind wertvoll. Aua, au, 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 don't touch me. Dann schießt mich hier nicht runter, bitches. Don't touch me. Ach ne, ist da anders. Du kannst mich touchen, er ist das übrigens. Ach ja, stimmt. Du kannst mich touchen. Ich kann dich auch nicht touchen. WTF? Du hast keine Hose an. Kann ich dich touchen? Nö, nö. Bist du eigentlich Operator? Ich bin, ja, sonst hätte ich mich nicht in den Game Mode switchen können. Stimmt. Das hatte ich doch klatt vergessen. Hast du Holy, Holy Stone? Ja, habe ich. 15 Stück. Ich kann dir dafür die Hälfte geben. Und da mit 15 nicht genau durch die Hälfte Teilenkant kriegst du die kleinere Hälfte. Möp. Das ist sehr ratig von dir. Oder habe ich dir die größere Hälfte gegeben? Eigentlich ja, ne? Ich weiß nicht. What the fuck? Wie schnell sind die hier? Ah, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Alter, Alter, what the fuck? What the fuck? Wie schnell sind die? Ah, ja, 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 ja. Spinnen. Kann man die mittlerweile? Es war vielleicht nicht die beste Idee, per Nacht hier zu reisen. Perplex? Perplex. Sozusagen. Perplex. Alter, ich muss was essen, aber ich kann nicht essen, weil wenn ich was esse, dann bleibe ich stehen. Und wenn ich stehen bleibe, dann... Okay, ich kann stehen bleiben. Alles verzweckt. Haben wir hier oben eigentlich ein Bett? Äh, hier ist... Okay, hier ist... Alter, ich muss mir die Minimap installieren. Kann man die Minimap installieren auf Dings? Auf was? Auf den Äther. Weil wenn wir hier die Minimap hätten, Alter, ich würde mich ziemlich sicher fühlen. Aber nicht auf den Äther. Ich glaube, dann würde die nur im Dingens funktionieren. Äh, unten. Ja, das wäre ja schon mal eine Hilfe. Okay, ich weiß, wo unser Haus ist. Aha. Das heißt, im Haus haben wir doch auch Gravel, oder? Und Flint. Ja, theoretisch sollten wir das haben. Theoretisch. Warum versetzt jetzt eigentlich das Portal immer noch? Habe ich doch nicht. Ach so. Ich habe das Portal jetzt gefunden. Ach so. Und ich werde jetzt eine... Na ja, eine Fakir-Spur wäre vielleicht... No, das wäre vielleicht die ganz... Die richtige Lösung. Warte mal, da drüben steht doch auch noch ein Portal. Wo führt denn das hin? Hier stehen überall ETHO-Portale rum. WTF? Kannst mal sehen. Ne, jetzt ist es weg. So. Wo ist es hin? Die wollen nicht alle verarschen. Warte mal, da hinten ist auch noch eins. Da hinten ist es, glaube ich, das andere. Ich lege eine Fakir-Spur, Alter. Das geht mir am Arsch vorbei jetzt. Da bräuchte ich ein bisschen mehr Erde, glaube ich. Dö, 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 am Arsch vorbei. Okay, äh, mit ETHO-Werkzeugen können wir in der realen Welt nichts abbauen. Schon gut zu wissen. Nichts. Gar nichts. Nada. Nada, niente. Ach, hier unten liegt ja noch... Ja, wenn ich jetzt meinen Eisenbrustpanzer anziehe, den ich hier unten... Der bringt oben nichts. Ich möchte auch... So eine Scheiße. Dö, 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 dö. Warum? Aua, aua, aua! Aua, ich hänge! Ich hänge! Toll! So, jetzt geht's wieder. Gerade mal kurz ein bisschen ausgeflippt. Dö, 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 dö. Was soll ich denn jetzt alles mitbringen? Alles. Alles. Okay. Ich nehm dich beim Wort. Nein, bring nicht alles mit. Okay, wir haben ja so viel Kohle eigentlich. Du kannst ja mal versuchen, ob dein Diamantschwert hier oben funktioniert. Wir haben eigentlich so viel Kohle. Ja, die bringt ja oben nichts. Ja, aber fuck him. Nö, da können wir doch hier aus, äh... Ich lege jetzt ne Fackerspur. Ambrosium. Ich meine, ne echten Welt. Damit wir dann zu unserem Ding zurückfinden. Ja, so. Zu unserem Haus. Zu unserem Ramadan, ne? Ah, hier oben haben wir noch 59 Faden. Faden, Fäden. Das ist wieder ziemlich fad heute. So. Jetzt geh ich runter und lege erstmal ne Fackerspur. Und es wird auch gerade hell. Das heißt... Wir haben auch nicht so viel Besuch. Auf, ich mal. Stimmt, es wird gerade hoch. Es wird gerade... Die aus mir. Wie kommst du denn hier rein, Scheiß-Skelett? Trittst unser ganzes Feld kaputt. Vernächtest unsere Ernte. Und, äh... Ohne Scheiß ist die... Das Portal hier ist die spawnt. Welches Portal? Hier war irgendwo ein Portal. So. Ja, werde ich denn in der Aufnahme sehen. Guckst du meine Aufnahmen an? Wow. Ne. Ne, tue ich nicht. Ich bin ja so glücklich. Aus Protest. Tue ich das nicht. Aber ich glaube, bist du mitgenommen. Ich hoffe ja. Moment mal. Warum lächtest du das Game? Weil die Chins nicht geladen waren. Ato. Ich habe natürlich keinen Copies-Skelett mitgenommen. Ich bin toll. Ich bin schlau. Ich hätte meine Diamantschaufel da. Ich hätte sie eigentlich nur mitnehmen müssen. Aber... Nein. Du auch. Oh, du hast ja hier das Wasser weggenommen. Ö. Soll ich noch welches mitbringen? Ich muss sowieso welches mitbringen. Für die unendliche Wasserquelle. Wie soll ich denn hier zu dir hinkommen? Ja, ich habe doch gesagt. Ich bringe noch welches mit. Für die unendliche Wasserquelle. Warum sagst du mir nicht, dass das Wasser da weg ist? Ja, YOLO. Das lasse ich nicht. Ne. 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 Rage Mode on. Ne. Ne. Das sehe ich nicht. Einfach mal ne. 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 Das lasse ich nicht mit mir machen. Das dulde ich nicht. Ne. Haben wir hier Kies? Wir haben auch Kies. Wo wir jetzt Sachen weg sind. Ne. Dann haben wir noch mehr Kies. Draußen bellt jetzt ein Hund, ne? Ich schwöre dir, ich hole gleich das Luftgewehr. Ne. Doch. Hast du verdient? Du hast mir einfach das Wasser weggenommen. Ich wollte es wieder hin tun. Ich wollte eine unendliche Wasserquelle machen, Junge. Ne. Doch. Das war mein Plan. Das war... Keine Ahnung, was das war. Irgendwie ist es voll ungewohnt, so langsam zu sein. Ich bin zu viel Ticket. So. So, hast du es? Ja. Wir müssen dann in der nächsten Folge weitermachen. Wir haben schon wieder überlänge. Mensch, das ist ja... Warte mal. Ja. Yes. Moment. Ähm. Okay. Was? Schauen wir auf. Bis zum nächsten Mal? Nein, warte. Tschüss. Du musst jetzt wenigstens noch fertig machen hier. Bis zum nächsten Mal. Das liegt eher an mir, ob ich die aufnabebein oder nicht. Mann. Was sagst du mir denn das? Alter. Du bist schon ganz schon crazy. Mann. Was bin ich? Ja. Ich bin wie der... 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 Der Typ mit den... 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 Superkräften kann man nicht sagen. Aus 4. Den, die ich gespielt habe. Weißt du? Ja, der bist du. Psychokräften. Okay. Ich habe den Weg zu unserem Portal mit Fakken markiert. Das heißt, wir finden nach Hause. Oh my God. Ich hoffe, das reicht auch so. Ich habe euch jetzt noch ein bisschen Erde drumherum. Das ist ja nicht. Der, 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 der. Leut. Das ist ja nicht. Okay. Jetzt bin ich drin. Und wir machen jetzt Folgenende. Und wir sehen uns... Scheiße. In der... What? Scheiße, scheiße. Funktioniert hier? Ja, die funktioniert hier oben. In der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach. Ach.